Dieser wunderschöne Ford Tourneo Active als Acht-Sitzer könnte schon bald vor ihre Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Hinten finden bequem 6 Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fallersitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tourneo Active schützt Sie rund um mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage vorne und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch das Kommunikationssystem Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und äußerst sportlichen Ford Neo Active und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.